Angeber Ein Angeber ist jemand, der etwas behauptet, was nicht unbedingt stimmt. Oder ein Angeber ist jemand, der mit seinen Fähigkeiten und mit seinen besonderen Errungenschaften prahlt. Manchmal machen Menschen anderen den Vorwurf, sie seien Angeber, ohne dass es so richtig berechtigt ist. Manche Menschen freuen sich einfach, dass ihnen etwas gelungen ist und sie wollen die Freude mit anderen teilen. Das ist ganz unschuldig. Und andere werfen ihnen dann vor, Angeber zu sein. Manche Menschen haben auch das Bedürfnis, andere zu inspirieren, etwas zu machen. Und sie erzählen von ihren eigenen Erfahrungen. Und sie machen das nicht, um anzugeben, sondern sie machen es, um andere dazu zu inspirieren, es auch zu machen. Manche Menschen aber sagen Dinge, die nicht stimmen. Sie geben etwas vor und sie sind eigentlich Scheinheilige. Also ein Angeber kann leicht zum Scheinheiligen werden, manchmal kann er auch zum Lügner werden. Man sagt auf der einen Seite, klappern gehört zum Geschäft. Und angenommen, jemand macht Werbung für etwas, dann wird er immer etwas übertreiben. Man wird ihn deshalb nicht als Angeber bezeichnen. Und wenn du weißt, dass jemand über etwas spricht, was er selbst unterrichtet, dann wird er auch etwas übertreiben. Man sagt so schön, angenommen, jemand hat Nackenprobleme. Ein Chiropraktiker wird sagen, da muss irgendwas eingerenkt werden. Ein Zahnarzt wird überlegen, ist dort irgendwo ein Abszess und der führt vielleicht zu Nackenprobleme. Ein Kraniosakraler Osteopath wird überlegen, ist irgendwo diese Flüssigkeit nicht richtig am Fließen. Ein Yoga-Lehrer wird überlegen, sind Muskeln verspannt oder zu schwach und müsste man vielleicht Muskeln entspannen und dehnen und so weiter. Also das, was man kennt, wird man typischerweise gerne nutzen, um etwas zu heilen. Und man macht ja das, was man macht, weil man denkt, es ist besonders gut. Und so brauchst du Menschen, die etwas machen, nicht Angeberei vorwerfen, sondern sie sind einfach überzeugt davon. Allerdings, du selbst solltest etwas vorsichtig sein, dass dein Verhalten nicht zu schnell als Angeberei abgetan wird. Überlege, wie kannst du zu wem sprechen? Denn wenn du es übertreibst, dann kann es sein, dass deine Worte gar nicht mehr ankommen, weil die Menschen irgendwo denken, du übertreibst und du bist nur ein Angeber. Ja, was meinst du zum Thema Angeben, Angeberei, Angeber? Schreib es doch in die Kommentare. Wenn dir dieser Vortrag gefallen hat, mach doch Daumen hoch. Wenn er dir nicht gefallen hat, mach halt Daumen runter. Aber schreib irgendwas oder mach irgendwas und teile vielleicht diese Sendung mit anderen. Danke. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Und dann, bis zum Beispiel. 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 Vielen Dank.